Hi Leute, Sanex hier und willkommen zu The Wonderful 101. Ja, ich bin noch nicht so warm geworden mit dem Spiel. Ich versuche es diesmal. Ich habe leider wieder ein bisschen länger nicht gespielt, aber ich gebe mir Mühe. Im Zweifel werden wir sonst mal den Schwierigkeitsgrad um eins nach unten tun, wenn es jetzt wirklich wieder so grausam wird. Momentan spielen wir auf normal der höchste von den drei Standardschwierigkeitsgraden. Müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen einkaufen gehen. Wir haben ein bisschen was zu kaufen und da werde ich mal gut einkaufen, denke ich. Kann man denn hier irgendwie nochmal gucken, was das alles war. Drei Portionen pro Kunde begrenzt. Wir können maximal drei davon tragen. Das auch mittleren Teil der LP leiste. Ich will gucken mal weiter. Erstmal. Die Unite Ball war zum Beispiel interessant, aber wir haben eh nicht genug dafür. Das ist so ein Ball, um nochmal ein bisschen besser geschützt zu sein vor Angriffen. Ähm, Unite Rakete, Unite Zelt, bla 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 bla. Schade. Boosts, die wir jetzt auch noch nicht leisten können. Ähm, keine Ahnung. Wir könnten uns eigentlich nichts anderes leisten, als vielleicht ein paar Items hier nochmal. Torpedos, Wonder Dummy, keine Ahnung. Ähm, ich werde mal weiterhin gucken, dass wir erstmal hier so ein paar Boosts uns mitnehmen. Hier, tolle Suppen. Ja. Holen wir uns mal gleich drei Stück. Von den mittleren Suppen und auch drei von den mittleren Energie-Sachen, sag ich mal. Für die Unite-Leiste. Okay. Hier können wir rausgehen. Jawohl. Ähm, Inventar. Was haben wir da? Ja. Unite Moss. Unite Kette. Unite Glider. Unite Pudding. Unite Sprungfeder. Das haben wir ja auch genau. Einmal den Pudding mit ZL und mit ZR. Okay. Hm. Unite Hand haben wir. Alles klar. Unite Schwert. Sword. Schwert. Wie auch immer. Unite Pistol. Genau. Unite Kette. Einfach. Rechte Trigger. Blablabla. Okay. Weil wir kriegen ja so ein paar Sachen kriegen wir ja ab und zu mal, ne? Was ist denn das hier zum Beispiel gebunden? Das Schleuder. Führt einen Unite Moth aus der Aufwärtsbewegung. Trifft er den Gegner für die er in der Luft befördert. B. A. B-Druck und ein A. Oder hat. Okay. Ähm. Oder Krawall. Führt im Voranstürmen und einem Morph. Unit Night Morph aus. Das heißt einfach links oder rechts und dann A. Ich finde komisch Kombos. Mehr haben wir hier auch nicht. Wunder Figuren. Hm. Hm. Items haben wir schon geguckt. Urteile. Aber es ist nur Datenbank mäßig ist das hier glaube ich. Äh. Das sind die die wir wirklich haben und da. Wir haben bock hier ein paar Torpedos irgendwie haben wir. Können wieder ein bisschen was hier auch beraten sag ich mal. Beziehungsweise kochen. Passt alle schon irgendwie. Wir machen einfach mal weiter. Einfach mal nächste Mission und dann schauen wir was so passiert. Roger. Amazing. Red? Nein. Wonderful Red. Natürlich wonderful nicht amazing. The wonderful 101. The wonderful 101. Schauen wir mal. Die ersten 5 Minuten werden wieder sehr kritisch sein weil ich mich wieder an die Steuerung gewöhnen muss. Aber das kriegen wir hin. Eigentlich habe ich Lust auf das Spiel. So ist es ja nicht weil Es ist schon cool Wenn Alles so funktioniert wie ich möchte. So. Zwischen zu Grenzen. Was ist das? Es ist nur diese Statue, ist es nicht? Das zeigt, wie viel du weißt, Montseer Smarty-Pants. Sie ist das Symbol der Stadt. Wir können nicht nur nach und lassen diese Aliens sie defiilen. Es ist schlimmer. Der Superreaktor, die Margarita, ist in der Gäste. Wenn Geth-Jerk es rauskommt, die Erde hat es getan. Aber ja, und das Ende des Weltes, was er gerade gesagt hat. Ich glaube, dass wir wissen, wer die Smarty-Pants hier ist. Touché, Dude. Die Gäste von Blossom in 1.000 m. Eine große Gerke-Matter-Signatur in der Nähe. Es ist auf der Erde. Holy, was ist das für ein Ding? Die Gäste von Blossom in 1.000 m. Die Gäste von Blossom in 1.000 m. Und wenn es entstodiert wird, die ganze Weibel öffnen werden sie sich nicht verweigern. Das ist jetzt, um den Rettung auf den Rettung für einen Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb! Zeit für diesen Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb! Nein, wir können nicht riskieren, um die Statue zu verhindern. Die Umgebung Ultra High-Res ist auf der Weg. Der Kind, Luca! Holy shit! Oh, Alice! Wir sind vor, Mama! Die Energienz ist normal in der Statue. Der Superreaktor ist immer noch operativ. Alice, vor allem. Wir werden diese Statue zurückkommen. Wundervolle 10000, vorbereiten Sie auf dem Deck. Wir haben neue Regeln. Ich spreche den Verwendung von Unlimited Form. Mach das, und ich bin meine Frau, meine Frau! Roger! Schrogane Drive-Lehmatoren sind in der Aktivierung. Sie sind in Unlimited Form. Holy! Die Schirurgane-Drives Super Saiyajin Stufe 2, ja, oder auch nicht. Okay, einmal kurz mal hier nochmal gucken. Okay, damit mache ich den normalen Angriff. Muss mal grad kurz gucken. Okay, Pudding. Okay, damit mache ich das für die. Dann mache ich das für mich. Okay, so ein bisschen. Mal gucken. Ah, wie wunderbar. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Kriegen wir hin Gut aus Das war keine gute Idee Was auch immer das jetzt war Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden Wie wir das hätten weg machen können Diese komische Kacke da So nochmal Zack Ja okay So jetzt haben wir es aber gleich Weil das Spammen Unterherfahren Sehr gut Und weitermachen Spammen Ich spammen gerade ganz Fett die A-Taste Aber irgendwie Jetzt hat er den letzten Balken glaube ich erst Mein Daumen tut weh aber ich krieg's hin 542 Button smashes in Folge Okay setz den Anker ein Ich soll da aufziehen Ich soll da aufziehen Jetzt aber Okay Come on Ja 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 Richtig auf Okay Festhalten Alles klar Und los geht's Au Was müssen wir jetzt machen Wahrscheinlich müssen wir jetzt schießen an dieser Stelle Ah Hätten wir springen können Schießen Ist immer gut Okay Sieht gut aus Ey ich hab den Dings gehabt Den Pudding Ich dachte das hilft was Okay Weiter geht's Geht's Guck mal her Schießen Oh, das sieht sehr gut aus, von dir bin ich sehr gut gesichert Wird von nichts getroffen Und wir haben eine Leiste jetzt wieder weggemacht Ach Gottchen, was ist das? Au Shit Okay Ah Es ist nicht so Ich glaube danach kommt sogar noch eine Leiste Ach Gott Es geht weg Okay Jetzt haben wir das schon wieder Pistole, hier hinstellen Come on Letzte Leiste gleich Okay Ach, da hätte ich jetzt ein Schild nehmen müssen Okay Das bedeutet also, da liegt nämlich ein Schild rum Tja Hä Okay Der hat mich zwar gar nicht gefressen, aber egal Okay 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 Ich bin, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ja, ja. So, einmal heilen. Ja, wieder abgetroffen. Ich weiß gar nicht, wie man da viel mehr Schaden machen soll, irgendwie, außer wie ich es halt mache. Ich schieße da schon einfach die ganze Zeit quasi drauf. Jetzt passiert wieder was. Sehr gut. Wow. Das war viel. Das war sehr viel. Bis zum nächsten Mal.